Ich sitze hier an der ältesten Orgel Sachsens in Koswig bei Dresden und habe mich gerade für Sie für ein Konzert vorbereitet, was ich spielen möchte. Leider nicht live, das ist in diesen Tagen nicht möglich, aber dennoch im Internet auf dem YouTube-Kanal der Kirchgemeinde Koswig. Wenn Sie also mögen, dann seien Sie dabei am Samstag, dem 15. Mai, denn dort spiele ich Werke von Johann Sebastian Bach auf dieser ganz alten Orgel, die mitteltönig gestimmt ist. Aber Johann Sebastian Bach hat in frühen kompositorischen Jahren auch für solche Instrumente komponiert und Sie werden dann besonders die Akzente der Musik hören, die Verstimmungen bei außergewöhnlichen Harmonien, aber auch die Reinheit bei ganz klaren Tonarten wie C-Dur, F-Dur, D-Dur. Freuen Sie sich auf dieses kleine Konzertchen, erleben Sie diesen wunderschönen Kirchenraum mit der ganz fantastischen Bildersprache und eben gerade dieser kleinen Kostbarkeit dieser Orgel, die hier steht, die übrigens gebaut wurde von einem Orgelbauer, der in Dresden in der Vorgängerkirche ebenfalls die Orgel dort vermutlich errichtet hat. Viel Vergnügen! Seien Sie uns herzlich willkommen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020